Sieben Monate waren es in den nächsten Tagen, dass der junge Hans Kastorp hier oben verweilte, während Vetter Joachim, der deren Fünf auf dem Buckel gehabt hatte, als Jena eingetroffen war, nun auf Zwölfe zurückblickte, auf ein Jährchen also, ein rundes Jahr, rund in dem kosmischen Sinn, das seit die kleine, zugkräftige Lokomotive ihn hier abgesetzt, die Erde einmal ihren Sonnenumlauf beendet hatte und zu dem Punkt von damals zurückgekehrt war. Es war Faschingszeit, Fastnacht stand vor der Tür, und Hans Kastorp erkundigte sich bei dem Jährigen, wie das denn sei. Magnific, antwortete Settembrini, dem die Vättern wieder einmal bei der Vormittagsmotion begegnet waren. Splendid, antwortete er, das ist so lustig wie im Prater. Sie werden sehen, Ingenieur, dann sind wir gleich im Reihen hier, die glänzenden Galanten, sprach er, und fuhr dann prallen Mundes zum Medisieren fort, indem er seine Hechelreden mit gelungenem Arm-, Kopf- und Schulterbewegungen begleitete. Was wollen Sie? Auch in der Maison de Santé finden, bisweilen ja Bälle statt für die Narren und Blöden, wie ich gelesen habe. Warum nicht auch hier? Das Programm umfasst die verschiedensten Dames, Macabre, wie Sie sich denken können. Leider kann ein gewisser Teil der vorjährigen Festteilnehmer diesmal nicht erscheinen, da das Fest schon um neuneinhalb Uhr sein Ende findet. Sie meinen, ach so, vorzüglich, lachte Hans Kastorp, sind Sie ein Witzbold. Um neuneinhalb hast du's gehört, du? Allzu früh nämlich, als dass ein gewisser Teil der Vorjährigen noch ein Stündchen teilnehmen könnte, meint Herr Sedembrini. Ja, unheimlich. Das ist nämlich der Teil, der dem Fleisch unterdessen schon endgültig Valet gesagt hat. Verstehst du mein Wortspiel? Aber da bin ich denn doch gespannt, sagt er. Ich finde es richtig, dass wir hier so die Feste feiern, wie sie fallen und auf die übliche Art die Etappen markieren. Die Einschnitte also, damit es kein ungegliedertes Einerlei gibt. Das wäre zu sonderbar. Da haben wir Weihnachten gehabt und wussten, dass Neujahr war und nun kommt also Fastnacht. Dann rückt Palmsonntag heran, gibt es hier Kringel, die Karwoche, Ostern und Pfingsten, was sechs Wochen später ist. Und dann ist ja bald schon der längste Tag, Sommersonnenwende. Verstehen Sie? Und es geht auf den Herbst. Halt, 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 rief Sedembrini, indem er das Gesicht den Himmel hob und die Handteller gegen die Schläfen presste. Schweigen Sie! Ich verbiete Ihnen, sich in dieser Weise die Zügel schießen zu lassen. Entschuldigen Sie, ich sage ja im Gegenteil. Übrigens wird Behren sich am Ende nun doch wohl zu den Injektionen entschließen, um meine Entgiftung zu erzielen. Denn ich habe unentwegt 37, 4, 5, 6 und auch 7. Das will sich nicht ändern. Ich bin und bleibe nun mal ein Sorgenkind des Lebens. Langfristig bin ich ja nicht. Radamant hat mir nie was Bestimmtes aufgebrummt. Aber er sagt, es wäre sinnlos, die Kur vor der Zeit zu unterbrechen, wo ich nun doch schon so lange hier oben bin und so viel Zeit investiert habe, sozusagen. Was nützte es auch, wenn er mir einen Termin setzte? Das hätte nicht viel zu bedeuten. Denn wenn er zum Beispiel sagt, ein halbes Jährchen, so ist es sehr knapp gerechnet. Man muss sich auf mehr gefasst machen. Das sieht man an meinem Vetter. Der sollte Anfang des Monats fertig sein. Fertig im Sinne von ausgeheilt. Aber das letzte Mal hat Behrens ihm vier Monate zugelegt zu seiner völligen Ausheilung. Na, und was haben wir dann? Dann haben wir Sommersonnenwände, wie ich sagte, ohne dass ich sie reizen wollte. Und es geht wieder auf den Winter zu. Aber für den Augenblick haben wir nun freilich erst einmal Fastnacht. Sie hören ja, ich finde es gut und schön, dass wir hier alles der Reihe nach und wie es im Kalender-State begehen. Frau Stöhr sagte, dass es in der Concierge-Lose Kindertrompeten zu kaufen gibt. Das traf zu. Schon beim ersten Frühstück am Faschingsdienstag, der sofort da war, ehe man ihn von Weitem nur recht ins Auge gefasst. Schon in der Frühe gab es im Speisesaal allerlei Töne aus scherzhaften Blasinstrumenten, schnarrend und tutend. Beim Mittagessen bereits flogen Papierschlangen und mehrere Personen, zum Beispiel die rundäugige Marussia, trugen papierende Kopfbedeckungen, die ebenfalls bei dem Hinkenden vorn in der Luge zu kaufen waren. Aber abends entfaltete sich im Saal und in den Konversationsräumen eine Festgeselligkeit, die in ihrem Verlauf, nur wir wissen vorderhand, wozu dank Hans Castorps Unternehmungsgeist diese Fastnachtsgeselligkeit in ihrem Verlaufe führte. Aber wir lassen uns durch unser Wissen nicht hin und nicht aus unserer Bedächtigkeit reißen, sondern geben der Zeit die Ehre, die ihr gebührt, und überstürzen nichts. Vielleicht sogar zögern wir die Ereignisse hin, weil wir die sittliche Scheu des jungen Hans Castorps teilen, die den Eintritt dieser Ereignisse so lange hintangehalten hatte. Allgemein war man nachmittags nach Platz gepilgert, um das Faschingsstraßenleben zu sehen, Masken waren unterwegs gewesen, Piroten und Harlequine, die klappernde Pritschen gehandhabt hatten, und zwischen den Fußgängern und den ebenfalls maskierten Insassen der vorüberläutenden, geschmückten Schlitten waren Konfetti-Scharmützel geliefert worden. Schon sehr hoch gestimmt fand man sich zur Abendmahlzeit an den sieben Tischen ein, entschlossen, den öffentlichen Geist in geschlossenem Kreise fortzupflegen. Die Papiermützen, Schnarren und Tuten des Concierges hatten starken Abgang gefunden, und Staatsanwalt Paravan hatte mit weiterer Travestierung den Anfang gemacht, indem er einen Damenkimono und einen falschen, laut vielseitigem Zuruf der Generalkonsulin Wurmbrand gehörigen Zopf angelegt, auch seinen Schnurrbart mit einem Brenneisen schräg nach unten gezogen hatte, und so wirklich aufs Haar einem Chinesen glich. Die Verwaltung war nicht zurückgestanden, sie hatte jeden der sieben Tische mit einem Papierlampion geschmückt, einem farbigen Mond mit brennender Kerze im Inneren, sodass Settembrini beim Eintritt in den Saal an Hans Castorps Tische vorbeistreifend einen auf diese Illumination bezüglichen Dichterspruch zitierte, »Da sieh nur, welche bunten Flammen! Es ist ein munderer Club beisammen!« äußerte er mit feinem und trockenem Lächeln, indem er zu seinem Platze weiter schlenderte, um dort mit kleinen Wurfgeschossen empfangen zu werden, dünnwandigen und mit einer wohlriechenden Flüssigkeit gefüllten Kügelchen, die beim Anprall zerbrachen und den Getroffenen mit Parfum überschütteten. Kurzum, die Festlaune war von Anfang an sehr ausgesprochen. Gelächter herrschte, Papierschlangen von den Kronleuchtern herabhängend wehten im Luftzuge hin und her, in der Bratensauce schwammen Konfetti. Bald sah man die Zwergin mit dem ersten Eiskübel, der ersten Champagnerflasche, geschäftig vorübereilen, man mischte den Sekt mit Burgunder und als nun gar gegen Ende der Mahlzeit das Deckenlicht ausging und nur noch die Lampions den Speisesaal mit buntem Dämmer italienisch-nächtig erleuchteten, war die Stimmung vollkommen und es erregte am Tische Hans Castorps viel Zustimmung. Als Settembrini einen Zettel herübersandte, er händigte ihn der ihm zunächst sitzenden mit einer Jockey-Mütze aus grünem Seidenpapier geschmückten Marussia ein, auf den er mit Bleistift geschrieben hatte, »Allein bedenkt, der Berg ist heute zaubertoll, und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll, so müsst ihr es so genau nicht nehmen.« Dr. Blumenkuhl, dem es eben wieder sehr schlecht ging, murmelte mit jenem ihm eigentümlichen Gesichts- oder eigentlich Lippenausdruck etwas vor sich hin, woraus man entnehmen konnte, was das für Verse seien. Hans Castorps seinerseits meinte die Antwort nicht schuldig bleiben zu dürfen, fühlte sich scherzhaft verpflichtet, eine Replik auf den Zettel zu schreiben, die freilich nur höchst unbedeutend hätte ausfallen können. Er suchte in seinen Taschen nach einem Bleistift, fand aber keinen und konnte auch von Joachim und der Lehrerin keinen erhalten. Seine rotgeäderten Augen gingen nach Aushilfe gen Osten in den linksrückwärtigen Winkel des Saales, und man sah, wie sein flüchtiges Vorhaben in so weitläufigen Assoziationen ausartete, dass er erbleichte und seine Grundabsicht überhaupt vergaß. Zum Erbleichen gab es Gründe auch sonst. Frau Schuscha dort hinten hatte zur Fastnacht Toilette gemacht. Sie trug ein neues Kleid, jedenfalls ein Kleid, das Hans Castorps noch nicht an ihr gesehen, aus leichter und dunkler, ja schwarzer, nur manchmal ein wenig goldbräunlich aufschimmernder Seide, das am Halse einen mädchenhaft kleinen Rundausschnitt zeigte, kaum so tief, dass die Kehle, der Ansatz der Schlüsselbeine und hinten die bei leicht vorgeschobener Kopfhaltung etwas heraustretenden Genickwirbel unter dem lockeren Nackenhaar sichtbar blieben, das aber Clavdias Arme bis zu den Schultern hinauf freiließ. Ihre Arme, die zart und voll waren zugleich, kühl dabei, aller Mutmaßung nach, und außerordentlich weiß gegen die seidige Dunkelheit des Kleides abstachen, auf eine so erschütternde Art, dass Hans Castorps die Augen schließend in sich hineinflüsterte. Mein Gott! Er hatte diese Art Kleiderschnitt noch nie gesehen. Er kannte Balltoiletten, festlich, stadthafte, ja, vorschriftsmäßige Enthüllungen, die weit umfassender gewesen waren als diese hier, ohne im Entferntesten so sensationell zu wirken. Als Irrtum erwies sich vor allem die ältere Annahme des armen Hans Castorps, dass die Lockung, die vernunftwidrige Lockung dieser Arme, deren Bekanntschaft er durch dünne Gase hindurch bereits gemacht hatte, ohne eine so ahndvolle Verklärung, wie er es damals genannt, sich vielleicht als weniger tief erweisen werde. Irrtum, verhängnisvolle Selbsttäuschung, die volle, hochbetonte und blendende Nacktheit dieser herrlichen Glieder eines giftkranken Organismus war ein Ereignis weit stärker sicherweisend als die Verklärung von damals. Eine Erscheinung, auf die es keine andere Antwort gab, als den Kopf zu senken und lautlos zu wiederholen. Mein Gott! Etwas später kam noch ein Zettel, auf dem es hieß »Gesellschaft, wie man wünschen kann, wahrhaftig lauter Bräute und Junggesellen, Mann für Mann, die hoffnungsvollsten Leute.« »Bravo, bravo« wurde gerufen. Man war schon bei Mokka, der in kleinen, irdenbraunen Kännchen serviert wurde, beziehungsweise auch bei den Likören, zum Beispiel Frau Stöhr, die süßgeistiges für ihr Leben gern schlürfte. Die Gesellschaft begann sich aufzulösen, zu zirkulieren, man besuchte einander, wechselte die Tische, ein Teil der Gäste hatte sich schon in die Konversationsräume verzogen, während ein anderer sesshaft blieb, dem Weingemisch weiter zusprechend. Settembrini kam nun persönlich herüber, sein Kaffeetässchen in der Hand, den Zahnstocher zwischen den Lippen, und setzte sich hospitierend an die Tischecke zwischen Hans Castorp und die Lehrerin. »Harzgebirg«, sagte er, »Gegend von Schirke und Elend. Habe ich Ihnen zu viel versprochen, Ingenieur? Heiß ich mir das doch eine Messe? Aber warten Sie nur, unser Witz erschöpft sich nicht sobald, wir sind noch nicht auf der Höhe, geschweige am Ende. Nach allem, was man hört, wird es noch mehr Masken geben. Gewisse Personen haben sich zurückgezogen, das berechtigt so allerlei Erwartungen, Sie werden sehen.« Wirklich tauchten neue Verkleidungen auf, Damen in Herrentracht, operettenhaft und unwahrscheinlich, durch ausladende Formen, die Gesichter bärtig geschwärzt mit angekohltem Flaschenkork, Herren umgekehrt, die Frauenroben angelegt hatten, über deren Röcke sie strauchelten. Ein Bettelmann erschien, knickbeinig, an einer Krücke hängend. Jemand hatte sich aus weißem Unterzeug und einem Damenfilz ein Piaro-Kostüm hergestellt, das Gesicht gepudert, so daß seine Augen ein unnatürliches Aussehen gewannen und den Mund mit Lippenpomade blutig aufgehöht. Ein Grieche vom schlechten Russentisch mit schönen Beinen stolzierte in Lilla-Trikot-Unterhosen mit Mäntelchen, Papierkrause und einem Stockdegen als spanischer Grande oder Märchenprinz daher. Alle diese Masken waren nach Schluss der Mahlzeit eilig improvisiert worden. Es litt Frau Stöhr nicht länger auf ihrem Stuhl. Sie verschwand, um nach kurzer Zeit als Scheuerweib wiederzukehren, mit geschürztem Rock und aufgestülpten Ärmeln, die Bänder ihrer Papierhaube unter dem Kinn geknotet und bewaffnet mit Eimer und Besen, die sie zu handhaben begann, indem sie mit dem nassen Schrubber unter die Tische den Sitzenden zwischen die Füße fuhr. »Die alte Baubo kommt allein«, rezitierte Settembrini bei ihrem Anblick und fügte auch den Reimvers hinzu, klar und plastisch. Sie hörte es, nannte ihn Welscher Hahn und forderte ihn auf, seine Zötchen für sich zu behalten, wobei sie ihn im Geiste der Maskenfreiheit dutzte, denn diese Verkehrsform war schon während des Essens allgemein aufgenommen worden. Er schickte sich an ihr zu antworten, als Lärm und Gelächter von der Halle her ihn unterbrachen und Aufsehen im Saal erregten. Gefolgt von Gästen, die aus den Konversationsräumen kamen, hielten zwei sonderbare Figuren ihren Einzug, die mit der Kostümierung wohl eben erst fertig geworden waren. Die eine war als Diakonissin angezogen, doch war ihr schwarzes Habit vom Hals bis zum Saume mit weißen Bandstreifen quer benäht, kurzen, die nahe untereinander lagen, und selteneren, die über jene hinausragten, nach Art der Lineatur eines Thermometers. Sie hielt den Zeigefinger vor ihren bleichen Mund und trug in der rechten eine Fiebertabelle. Die andere Maske erschien blau in blau, mit blau gefärbten Lippen und braun, auch sonst im Gesicht und am Halse noch blau bemalt, hat eine blaue Wollmütze schief übers Ohr gezogen und begleitet mit einem An- oder Überzuge aus blauem Glanzleinen, der aus einem Stück gearbeitet, an den Knöcheln mit Bändern zugezogen und in der Mitte zum Rundbauche ausgestopft war. Beide trugen Pappschilder umgehängt, auf denen geschrieben stand »Die stumme Schwester« und »Der blaue Heinrich«. In einer Art Wackelschritt zogen sie Selbander um den Saal. Das gab einen Beifall. Die Zurufe schwirrten. Frau Stöhr, ihren Besen unter dem Arm, die Hände auf den Knien, lachte maßlos und ordinär nach Herzenslust, unter Vorwendung ihrer Rolle als Scheuerweib. Nur Settembrini zeigte sich unzugänglich. Seine Lippen unter dem schön geschwungenen Schnurrbart wurden äußerst schmal, nachdem einen kurzen Blick auf das erfolgreiche Maskenpaar geworfen. Unter denen, die im Gefolge des Blauen und der Stummen aus den Konversationszimmern wieder herübergekommen waren, befand sich auch Claudia Schoscha. Zusammen mit der wollhaarigen Tamara strich sie in ihrem neuen Kleid an Hans Castorps Tische vorbei und bewegte sich schräg hinüber zu dem des jungen Gänser und der Kleefeld, wo sie die Hände auf dem Rücken mit schmalen Augen lachend und plaudernd stehen blieb. Auch Frau Schoscha hatte sich mit einer Faschingsmütze geschmückt. Es war nicht einmal eine gekaufte, sondern von der Art, wie man sie Kindern anfertigt, aus weißem Papiere einfach zum Dreispitz zurechtgefaltet und kleidete sie übrigens quer aufgesetzt vorzüglich. Das dunkelgoldbraune Seitenkleid war fußfrei, der Rock etwas bauschig gearbeitet. Wir sagen von den Armen hier nichts mehr. Sie waren nackt bis zu den Schultern hinauf. Betrachte sie genau, hörte Hans Castorps Herrn Settembrini wie von Weitem sagen, während er ihr, die bald weiterging, gegen die Glastür zum Saal hinaus mit den Blicken folgte. Lilith ist das. Wer? fragte Hans Castorps. Der Literat freute sich. Er replizierte, Adams erste Frau, nimm dich in Acht. Außer ihnen beiden saß nur noch Dr. Blumenkohl am Tische, an seinem entfernten Platz. Die übrige Speisegesellschaft, auch Joachim, war in die Konversationsräume übergesiedelt. Hans Castorps sagte, du steckst heute voller Poesie und Versen. Was ist nun das wieder für eine Lili? Wie, war Adam also zweimal verheiratet? Ich hatte keine Ahnung. Die hebräische Sage will es so. Diese Lilith ist zum Nachtspuk geworden. Gefährlich für junge Männer, besonders durch ihre schönen Haare. Puh, Teufel, ein Nachtspuk mit schönen Haaren. So etwas kannst du nicht leiten, was? Da kommst du und drehst das elektrische Licht an, sozusagen, um die jungen Männer auf den rechten Weg zu bringen. Tust du das nicht, sagte Hans Castorps fantastisch. Er hatte ziemlich viel von der Weinmischung getrunken. Hören Sie, Ingenieur, lassen Sie das, befahl Settembrini mit zusammengezogenen Brauen. Bedienen Sie sich der im gebildeten Abendlande üblichen Form der Anrede, der dritten Person Pluralis, wenn ich bitten darf. Es steht Ihnen gar nicht zu Gesicht, worin Sie sich da versuchen. Aber wieso? Oh, wir haben Karnaval. Es ist allgemein akzeptiert heute Abend. Ja, um eines ungesitteten Reizes willen. Das Du unter Fremden, das heißt unter Personen, die einander von Rechtes wegen Sie nennen, ist eine widerwärtige Wildheit. Ein Spiel mit dem Urstande, ein liederliches Spiel, das ich verabscheue, weil es sich im Grunde gegen Zivilisation und entwickelte Menschlichkeit richtet, sich frech und schamlos dagegen richtet. Ich habe Sie auch nicht Du genannt. Bilden Sie sich das nicht ein. Ich zitierte eine Stelle aus dem Meisterwerk Ihrer Nationalliteratur. Ich sprach also poetischerweise. Ich auch? Ich spreche auch gewissermaßen poetischerweise, weil mir der Augenblick danach angetan zu sein scheint. Darum spreche ich so. Ich sage gar nicht, dass es mir so ganz natürlich ist und leicht fällt, Dich Du zu nennen. Im Gegenteil, es kostet mich eine gewisse Selbstüberwindung. Ich muss mir einen Ruck geben, um es zu tun. Aber diesen Ruck gebe ich mir gern. Ich gebe ihn mir freudig und von Herzen. Von Herzen? Von Herzen. Ja, das kannst Du mir glauben. Wir sind nun schon so lange beieinander hier oben. Sieben Monate, wenn Du nachrechnest. Das ist ja für unsere Verhältnisse hier oben noch nicht einmal sehr viel, aber für untere Begriffe, wenn ich zurückdenke, ist es doch eine Menge Zeit. Und die haben wir nun miteinander verbracht, weil das Leben uns hier zusammenführte und haben uns fast täglich gesehen und interessante Gespräche miteinander geführt. Zum Teil über Gegenstände, von denen ich unten überhaupt keinen Deut begriffen hätte. Aber hier sehr wohl. Hier waren sie mir sehr wichtig und naheliegend, sodass ich immer, wenn wir diskutierten, in höchstem Grade bei der Sache war. Oder vielmehr, wenn Du mir die Dinge als homo humanus expliziertest. Denn ich hatte natürlich aus meiner bisherigen Unerfahrenheit nicht viel beizutragen und konnte immer nur außerordentlich hörenswert finden, was Du sagtest. Durch Dich habe ich so viel erfahren und verstanden. Das mit Carducci war das wenigste. Aber wie beispielsweise die Republik mit dem schönen Stil zusammenhängt. Oder die Zeit mit dem Menschheitsfortschritt. Wohingegen, wenn keine Zeit wäre, auch kein Menschheitsfortschritt sein könnte, sondern die Welt nur ein stagnierendes Wasserloch und ein fauliger Tümpel wäre. Was wüsste ich davon, wenn Du nicht gewesen wärst? Ich nenne Dich einfach Du und rede Dich sonst nicht weiter an. Entschuldige, weil ich nicht wüsste, wie das geschehen sollte. Ich kann es nicht gut. Da sitzt Du und ich sage einfach Du zu Dir, das genügt. Du bist nicht irgendein Mensch mit einem Namen. Du bist ein Vertreter, Herr Settembrini. Ein Vertreter hierorts und an meiner Seite. Das bist Du, bestätigte Hans Castorp und schlug mit der flachen Hand auf das Tischtuch. Und nun will ich Dir einmal danken, fuhr er fort und schob seinen Glasbecher mit Sekt und Burgunder an Herrn Settembrinis Kaffeetästchen heran, gleichsam, um auf dem Tisch mit ihm anzustoßen. Dafür, dass Du Dich in diesen sieben Monaten so freundlich meine angenommen hast und mir, junge Molus, auf den so viel Neues Eindrang zur Hand gegangen bist bei meinen Übungen und Experimenten und berichtigend auf mich einzuwirken gesucht hast. Ganz sine pecunia. Teils mit Geschichten und teils in abstrakter Form. Ich habe das deutliche Gefühl, dass der Augenblick gekommen ist, Dir dafür und für all das zu danken und Dich um Verzeihung zu bitten, wenn ich ein schlechter Schüler war, ein Sorgenkind des Lebens, wie Du sagtest. Es hat mich sehr gerührt, wie Du das sagtest. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, rührt es mich wieder. Ein Sorgenkind, das war ich wohl auch für Dich und Deine pädagogische Ader, auf die Du damals gleich am ersten Tage zu sprechen kamst. Natürlich, das ist auch einer von den Zusammenhängen, die Du mich gelehrt hast, der von Humanismus und Pädagogik. Es würden mir mit der Zeit gewiss noch mehrere einfallen. Verzeih mir also und denke meiner nicht im Bösen. Dein Wohl, Herr Settembrini, sollst leben. Ich lehre mein Glas zu Ehren deiner literarischen Anstrengungen, zur Ausmerzung der menschlichen Leiden. Schloss er, trank, hinten über geneigt, mit ein paar großen Schlucken sein Weingemisch aus und stand auf. Nun wollen wir zu den anderen hinübergehen. Hören Sie, Ingenieur, was ist Ihnen in die Krone gefärben, sagte der Italiener, die Augen voller Erstaunen und verließ gleichfalls den Tisch. Das klingt wie Abschied. Nein, warum Abschied, wich Hans Castrop aus. Er wich nicht nur figürlich aus, mit seinen Worten, sondern auch körperlich, indem er mit dem Oberkörper einen Bugen beschrieb und hielt sich an die Lehrerin, Fräulein Engelhardt, die eben kam, sie zu holen. Der Hofrat verzapfe im Klavierzimmer mit eigener Hand einen Fastnachtspunsch, den die Verwaltung gestiftet habe, meldete sie. Die Herren, sagte sie, möchten gleich kommen, wenn sie auch noch ein Glas zu erwischen wünschten. So gingen sie hinüber. Wirklich stand dort drinnen, umdrängt von der Gästeschaft, die ihm kleine Henkelgläser entgegenhielt, Hofrat Behrens an dem runden Tisch in der Mitte, der weiß gedeckt war, und hob mit einem Schöpflöffel dampfendes Getränk aus einer Terrine. Auch er hatte sein Äußeres ein wenig karnevalistisch aufgemuntert, indem er nämlich zu dem klinischen Kittel, den er auch heute trug, da seine Tätigkeit ja niemals ruhte, einen echten türkischen Fes, kerminrot mit schwarzer Troddel, die ihm über das Ohr baumelte, aufgesetzt hatte. Kostüm genug für ihn, dies beides zusammen. Es reichte hin, seine ohnehin markante Erscheinung ins durchaus Wunderliche und Ausgelassene zu steigern. Der weiße Langkittel übertrieb des Hofrats Größe. Brachte man die Nackenbeugung in Anschlag, indem man sie in Gedanken beseitigte und seine Gestalt zur vollen Höhe aufrichtete, so erschien er geradezu überlebensgroß, mit kleinem, buntem Kopf von eigentümlichstem Gepräge. Dem jungen Hans Castorp wenigstens war dies Gesicht noch nie so sonderbar vorgekommen, wie heute unter der närrischen Bedeckung. Diese stutznäsig, flache und bläulich-hitzige Physiognomie, in der unter weißblonden Brauen die blauen Augen tränend quollen und über dem bogenförmigen, nach oben sich bäumenden Mund das helle und schief geschürzte Schnurrbärtchen stand. Abgeneigt von dem Dampfe, der vor ihm aus der Terrine wirbelte, ließ er das braune Getränk, einen zuckerigen Arakpunsch, im Bogen aus der Schöpfkelle in die dagereichten Gläserinnen, unaufhörlich in seinem aufgeräumten Kauderwelsch sich ergehend, so daß Lachsalven rund um den Tisch den Ausschank begleiteten. »Herr Urian sitzt oben auf«, erläuterte Settembrini leise mit einer Handbewegung gegen den Hofrat und wurde dann nach Hans Castorps Seite fortgezogen. Auch Dr. Krokowski war anwesend, klein, stämmig und kernig, sein schwarzes Lüsterhemd mit leeren Ärmeln um die Schultern gehängt, so daß es dominoartig wirkte, hielt er sein Glas mit gedrehter Hand in Augenhöhe und plauderte fröhlich mit einer Gruppe von Masken travestierten Geschlechts. Musik setzte ein, die Patientin mit dem Tapirgesicht spielte von dem Mannheimer pianistisch begleitet auf der Geige das Largo von Händel und danach eine Sonate von Grieg, deren Charakter national und salonmäßig war. Man applaudierte wohlwollend, auch an den beiden Bridge-Tischen, die aufgeschlagen waren und an denen Maskierte und Unmaskierte saßen, Flaschen in Eiskühlern neben sich. Die Türen standen offen, auch in der Halle hielten sich Gäste auf, eine Gruppe um den Rundtisch mit der Bohle sah dem Hofrat zu, der den Anführer zu einem Gesellschaftsspiel machte. Er zeichnete mit geschlossenen Augen im Stehen über den Tisch gebückt, dabei aber zurückgelegten Kopfes, damit alle sehen konnten, dass er die Augen geschlossen hielt, zeichnete auf die Rückseite einer Visitenkarte mit Bleistift blindlings eine Figur. Es waren die Umrisse eines Schweinchens, die seine riesige Hand ohne Zuhilfenahme der Augen hinmalte. Eines Schweinchens im Profil etwas einfach und mehr ideell als lebenswar. Aber es war unverkennbar die Grundgestalt eines Schweinchens, die er unter so erschwerenden Bedingungen zusammenzog. Das war ein Kunststück und er konnte es. Das Schlitzäuglein kam ungefähr dort zu sitzen, wohin es gehörte, etwas zu weit vorn am Rüssel, aber doch ungefähr an seinen Platz. Es verhielt sich nicht anders mit dem Spitzohr am Kopf, den Beinchen, die an dem gerundeten Bäuchlein hingen und als Fortsetzung der ebenso gerundeten Rückenlinie ringelte das Schwänzchen sich sehr artig in sich selber. Man rief »Aha« als das Werk getan und drängte sich zu dem Versuch von Ehrgeiz ergriffen, es dem Meister gleich zu tun. Allein die wenigsten hätten ein Schweinchen mit offenen Augen zu zeichen vermocht, geschweige bei Geschlossenen. Was kamen da für Missgeburten zustande? Es fehlte an allem Zusammenhang. Das Äuglein fiel außerhalb des Kopfes, die Beinchen ins Innere des Wanstes, der seinerseits weit entfernt war, sich zu schließen, und das Schwänzchen ringelte sich irgendwo abseits, ganz ohne organische Beziehung zur verworrenen Hauptgestalt als selbstständige Arabeske. Man wollte sich ausschütten vor Lachen. Die Gruppe fand Zuzug, Aufsehen entstand an den Britztischen, und die Spieler kamen ihre Karten fächerförmig in der Hand neugierig herüber. Die Umstehenden sahen dem, der sich erprobte, auf die Augenlider, ob er nicht blinzle, wozu einige durch das Gefühl ihrer Ohnmacht sich verführen ließen, kicherten und pusteten, solange er seine blinden Irrtümer beging, und brachen ihn Jubel aus, wenn er die Augen aufreißend auf sein absurdes Machwerk niederblickte. Trügerisches Selbstvertrauen trieb jeden zum Wettstreit. Die Karte, obgleich geräumig, war rasch auf beiden Seiten überfüllt, sodass die verfehlten Figuren sich überschnitten. Aber der Hofrat opferte aus seinem Portefeuille eine zweite, auf welcher Staatsanwalt Paravan nach heimlicher Überlegung das Schweinchen in einem Zuge hinzumalen versuchte, mit dem Ergebnis, das sein Misserfolg alle Vorangegangenen übertraf. Das Ornament, das er schuf, wies nicht nur mit keinem Schweinchen, sondern überhaupt mit Nichts in der Welt die entfernteste Ähnlichkeit auf. Hallo, Gelächter und stürmische Glückwünsche! Man brachte Menükarten aus dem Speisesaal herzu. So konnten nun mehrere Personen, Damen und Herren, auf einmal zeichnen, und jeder Konkurrierende hatte seine Aufpasser und Zuschauer, von denen wiederum ein jeder Anwärter auf den Stift war, der eben gehandhabt wurde. Es waren drei Bleistifte da, die man sich aus den Händen riss. Sie gehörten Gästen. Der Hofrat, nachdem er das neue Spiel in die Wege geleitet und bestens im Gange sah, war mit dem Atlaten verschwunden. Hans Kastorp im Gedränge sah über Joachims Schulter einem Zeichnen hinzu, indem er sich mit dem Ellbogen auf diese Schulter stützte, seinen Kinn mit allen fünf Fingern erfasst hielt und die andere Hand in die Hüfte stemmte. Er redete und lachte. Er wollte ebenfalls zeichnen, verlangte laut danach und erhielt den Bleistift. Ein schon ganz kurzes Ding, man konnte ihn nur noch mit Daumen und Zeigefinger führen. Er schimpfte auf den Stummel, das blinde Gesicht zur Decke erhoben, schimpfte laut und verfluchte die Undienlichkeit des Stiftes, indem er mit fliegender Hand einen gräulichen Unsinn auf den Karton warf, schließlich sogar diesen verfehlte und auf das Tischtuch geriet. Das gilt nicht, rief er in das verdiente Gelächter hinein, wie soll man mit einem solchen zum Teufel damit? Und er warf den beschuldigten Stummel in die Brunnspohle. Wer hat einen vernünftigen Bleistift? Wer leiht mir einen? Ich muss noch einmal zeichnen. Einen Bleistift, einen Bleistift, wer hat noch einen? rief er nach beiden Seiten aus, den linken Unterarm noch auf die Tischplatte gestützt und die rechte Hand hoch in der Luft schüttelnd. Er bekam keinen. Da wandte er sich um und ging ins Zimmer hinein, indem er zu Rufen fortfuhr, ging gerade auf Claudia Schoscha zu, die, wie er gewusst hatte, nicht weit von der Portiere zum kleinen Salon stand und von hier aus dem Treiben am Buhlentisch lächelnd zugesehen hatte. Hinter sich hörte er Rufen, wohl lautende ausländische Worte, »Eh, Ingeniere, Aspetti, che cosa fa, Ingeniere, un po' di ragione, sa, ma è matto questo ragazzo!« Aber er übertönte diese Stimme mit der Seinen, und so sah man Herrn Settembrini eine Hand mit gespreiztem Arm über den Kopf geworfen, eine in seiner Heimat übliche Gebärde, deren Sinn nicht leicht auf ein Wort zu bringen wäre, und die von einem langgezogenen Äh begleitet war, die fast Nachtsgeselligkeit verlassen. Hans Kastorp aber stand auf dem Klinkerhof, blickte aus nächster Nähe in die blau-grau-grünen Epikantus-Augen über den vortretenden Backenknochen und sprach, »Hast du nicht vielleicht einen Bleistift?« Er war totenbleich. Die Gefäßnervenleitung nach seinem Gesicht spielte mit dem Erfolg, dass die entglutete Haut dieses jungen Gesichtes blasskalt einfiel, die Nase spitz erschien und die Partie unter den Augen ganz so bleifarben wie bei einer Leiche aussah. Aber Hans Kastrops Herz ließ der Sympathikus in einer Gangart trommeln, das von geregelter Atmung überhaupt nicht mehr die Rede sein konnte, und Schauer überliefen den jungen Menschen als Veranstaltung der Hautsalben drüsen aufrichteten. Die im Papier Dreispitz betrachtete ihn von oben bis unten mit einem Lächeln, worin keinerlei Mitleid, keinerlei Besorgnis angesichts der Verwüstung seines Äußeren zu erkennen war. Dies Geschlecht kennt ein solches Mitleid und eine solche Besorgnis überhaupt nicht vor den Schrecken der Leidenschaft, eines Elementes ihm offenbar viel vertrauter als dem Mann, der von Natur keineswegs darin zu Hause ist und den es nie ohne Spott und Schadenfreude darin begrüßt. Übrigens würde er sich für Mitleid und Besorgnis ja freilich auch bedanken. Ich? antwortete die bloßarmige Kranke auf das Du. Ja, vielleicht. Und allenfalls war in ihrem Lächeln und ihrer Stimme etwas von der Erregung, die auftritt, wenn nach langem stummen Verhältnis die erste Anrede fällt, einer listigen Erregung, die alles Vorangegangene in den Augenblick heimlich einbezieht. Du bist sehr ehrgeizig, du bist sehr eifrig, fuhr vor Ort, vor sie fort und kramt in ihrem Ledertäschchen, blickte suchend hinein und zog unter einem Taschentuch, das sie zuerst zutage gefördert, ein kleines silbernes Krayon herfuhr, dünn und zerbrechlich, ein Galanteriesächelchen, zu ernsthafter Tätigkeit kaum zu gebrauchen. Der Bleistift von damals, der erste, war handlich rechtschaffender gewesen. Voilà, sagte sie und hielt ihm das Stiftchen vor die Augen, indem sie es zwischen Daumen und Zeigefinger an der Spitze hielt und leicht hin und her schlenkerte. Da sie es ihm zugleich gab und vorenthielt, nahm er es, ohne es zu empfangen, das heißt, hielt die Hand in der Höhe des Stiftes, dicht daran, die Finger zum Greifen bereit, aber nicht vollends zugreifend, und blickte aus seinen bleifarbenen Augenhöhlen abwechselnd auf den Gegenstand, und in Clavdias tartarisches Gesicht, seine blutlosen Lippen standen offen, und sie blieben so. Er benutzte sie nicht zum Sprechen, als er sagte, siehst du wohl, ich wußte doch, dass du einen haben würdest. Paul-Legarde, il est un peu fragile, sagte sie, c'est avisé du sel, und indem ihre Köpfe, sich darüber neigten, zeigte sie ihm die landläufige Mechanik des Stiftes, aus dem ein nadeldünnes, wahrscheinlich hartes, nichts abgebendes Grafit-Stängelein fiel, wenn man die Schraube öffnete. Sie standen nahe gegeneinander geneigt. Da er im Gesellschaftsanzug war, trug er heute Abend an den steifen Kragen und konnte das Kinn darauf stützen. »Klein, aber dein«, sagte er, Stirn an Stirn mit ihr, auf den Stift hinunter, mit unbewegten Lippen, und folglich unter Auslassung des Labial-Lautes. »Auch witzig bist du«, antwortete sie mit kurzem Lachen, indem sie sich aufrichtete und ihm das Krayon nun überließ. Übrigens mochte Gott wissen, womit er witzig war, da er ja offensichtlich keinen Tropfen Blut im Kopf hatte. »Also okay, spute dich, zeichne, zeichne gut, zeichne dich aus.« Witzig auch ihrerseits schien sie ihn fortzutreiben. »Nein, du hast noch nicht gezeichnet, du musst zeichnen«, sagte er unter Auslassung des M von Must und trat auf ziehende Art einen Schritt zurück. »Ehe«, wiederholte sie wieder mit einem Erstaunen, dass etwas anderem mehr als seiner Forderung zu gelten schien. In einer gewissen Verwirrung lächelnd blieb sie noch stehen, folgte dann aber seiner magnetisierenden Rückwärtsbewegung ein paar Schritte gegen den Buhlentisch. Es zeigte sich jedoch, dass die Unterhaltung dort nicht mehr vorhielt, in den letzten Zügen lag. Jemand zeichnete noch, hatte aber keine Zuschauer mehr. Die Karten waren mit Unsinn bedeckt, jedermann hatte seine Ohnmacht erprobt. Der Tisch stand fast verlassen, zumal eine Gegenströmung eingesetzt hatte. Da man gewahr geworden, dass die Ärzte fort waren, lautete plötzlich die Parole auf Tanz. Schon wurde der Tisch beiseite geschleppt. Man postierte Speer an die Türen des Schreib- und des Klavierzimmers mit der Anweisung, durch ein Zeichen den Ball zum Stehen zu bringen, falls etwa der Alte, Krokowski oder die Oberin, sich wieder zeigen sollten. Ein slavischer Jüngling griff mit Ausdruck in die Tastatur des kleinen Nussbaum-Pianinos. Die ersten Paare drehten sich im Inneren eines unregelmäßigen Kreises von Sesseln und Stühlen, auf denen Zuschauer saßen. Hans Kastorp verabschiedete sich von dem eben fortschwebenden Tisch mit der Handbewegung, fahr hin. Mit dem Kinn deutete er dann auf freie Sitzgelegenheiten, die er im kleinen Salon gewahrte, und auf die geschützte Zimmerecke rechts, neben der Portiere. Er sagte nichts, vielleicht, weil ihm die Musik zu laut war. Er zog einen Stuhl, es war ein sogenannter Triumphstuhl, mit Holzrahmen und einer Plüschbespannung, Frau Chauchat an den Ort, den er vorher pantomimisch bezeichnet hatte, und eignete sich selbst einen knisternden, krachenden Korbstuhl mit gerollten Armlehnen an, auf den er sich zu ihr setzte, gegen sie vorgebeugt, die Arme auf den Lehnen, ihr Krayon in den Händen, die Füße weit unter dem Stuhl. Sie ihrerseits lag allzu tief in dem Plüschgehänge, ihre Knie waren emporgehoben, doch schlug sie trotzdem das eine über das andere und ließ ihren Fuß in der Höhe wippen, dessen Knöchel über dem Rande des schwarzen Lackschuhs von der ebenfalls schwarzen Seide des Strumpfes überspannt war. Vor ihnen saßen andere Leute, standen auf, um zu tanzen, und machten solchen Platz, die müde waren. Es war ein Kommen und Gehen. »Du hast ein neues Kleid?«, sagte er, um sie betrachten zu dürfen, und hörte sie antworten. »Neu? Du bist bewandert in meiner Toilette?« »Habe ich nicht recht?« »Door. Ich habe es mir kürzlich hier machen lassen, bei Lukacek im Dorf. Er arbeitet viel für Damen hier oben. Was gefällt dir?« »Sehr gut«, sagte er, indem er sie mit dem Blick noch einmal umfasste und ihn dann niederschlug. »Willst du tanzen?«, fügte er hinzu. »Würdest du wollen?«, fragte sie mit erhobenen Brauen lächelnd dagegen, und er antwortete, »ich täte es schon, wenn du Lust hättest.« »Das ist weniger brav, als ich dachte, dass du säst«, sagte sie, und da er wegwerfend auflachte, fügte sie hinzu. »Dein Vetter ist schon gegangen.« »Ja, er ist mein Vetter«, bestätigte er unnötigerweise. »Ich sah auch vorhin, dass er fort ist. Er wird sich gelegt haben.« »C'est un jeune homme très étoile, très honnête, très allemand.« »Étoile? Honnête?«, wiederholte er. »Ich verstehe Französisch besser, als ich es spreche. Du willst sagen, dass er pedantisch ist.« »Hältst du uns Deutsche für pedantisch? Nous autres Allemands? Nous cousons de votre cousin.« »Mais c'est vrai, ihr seid ein wenig bourgeois. Vous aimez l'ordre mieux que la liberté.« »Tou l'Europe le sait.« »Aimez, aimez, qu'est-ce que c'est?« »Ca manque de définition, ce mot-là.« »Der eine hat, der andere liebt.« »Comme nous disons proverbialement«, behauptete Hans Kastorp. »Mais il n'est pas bourgeois, il est militaire.« »Mais il est sérieusement malade, ton pauvre cousin. »Fort possible qu'il aille mourir, s'il essaie d'être soldat, dans les plaines. » »Wenn hat das gesagt?« »Mann weiß hier von einander. » »Hat vous, Frat Behrens, hat das gesagt?« »Peut-être en me faisant voir ces tableaux. »C'est-à-dire, en faisant ton portrait.« »Pourquoi pas?« »Tu l'as trouvé réussi, mon portrait.« »Mais oui, extrêmement. »Behrens a très exactement rendu ta peau. »Ou vraiment, très fidèlement.« »Parle allemand, s'il vous plaît.« »Oh, ich spreche Deutsch, auch auf Französisch. »C'est une sorte d'étude artistique et médicale. »En un mot, il s'agit des lettres humaines, tu comprends.« »Willst du nicht tanzen?« »Es ist viel zu eng zum Tanzen. Et puis sur le tapis. Wollen wir zusehend dem Tanzen?« »Ja, das wollen wir«, pflichtete er bei und schaute neben ihr hin, mit seinem bleichen Gesicht, mit den blauen, sinnig blickenden Augen seines Großvaters, in das Gehüpf der maskierten Patienten hier im Salon und drüben im Schreibzimmer. Da hüpfte die stumme Schwester mit dem blauen Heinrich, und Frau Salomon, die als Ballherr in Frack und weiße Weste gekleidet war, mit hochgewölbter Hemdbrust, gemaltem Schnurrbart und Monockel, drehte sich auf kleinen Lackstöckelschuhen, die unnatürlicherweise aus ihren schwarzen Herrenhosen hervorkamen, mit einem Pierrot, dessen Lippen blutrot in seinem geweißten Antlitz leuchteten und dessen Augen denen eines Albino-Kaninchens glichen. Der Grieche im Mäntelchen schwang das Ebenmaß seiner lila Trikotbeine um den dekolletierten und dunkel glitzernden Rasmussen, der Staatsanwalt im Kimono, die Generalkonsulin Wurmbrand und der junge Gänser tanzten sogar selbst dritt, indem sie sich mit den Armen umschlungen hielten, und was die Stör betraf, so tanzte sie mit ihrem Besen, den sie ans Herz drückte, und dessen Bursten sie liebkuste, als wären sie eines Menschen aufrecht stehendes Haupthaar gewesen. »Das wollen wir«, wiederholte Hans Castorp mechanisch. Sie sprachen leise unter den Tönen des Klaviers. »Wir wollen hier sitzen und zusehen, wie im Traum. »Das ist für mich ein Traum, mußt du wissen, daß wir so sitzen.« »J. » » » »UM- » Dein Röv, bien connu, revêté de tout temps, long, éternel, oui. Être assis près de toi comme à présent, voilà l'éternité. Poète, Sack de See, bourgeois, humaniste et poète. Voilà l'Allemand au complet, comme il faut. Eh bien, est-ce que tu as l'intention de me tutoyer pour toujours ? Mais oui, je t'ai tutoyé de tout temps et je te tutoierai éternellement. C'est un peu fort, par exemple. En tout cas, tu n'auras pas trop longtemps l'occasion de me dire tu, je vais partir. Das Wort brauchte einige Zeit, bis es ihm ins Bewusstsein drang. Dann fuhr er auf, wirre um sich blickend, wie ein aus dem Schlaf gestörter. Ihr Gespräch war ziemlich langsam, vonstatten gegangen, da Hans Castorp das Französische schwerfällig und wie in zögerndem Sinnen sprach. Das Klavier, das kurze Zeit geschwiegen hatte, tönte wieder, nunmehr unter den Händen des Mannheimers, der den Slavenjüngling abgelöst und Noten aufgelegt hatte. Fräulein Engelhardt saß bei ihm und blätterte um. Der Ball hatte sich gelichtet. Eine größere Anzahl der Pensionäre schien die horizontale Lage eingenommen zu haben. Vor ihnen saß niemand mehr. Im Lesezimmer spielte man Karten. »Was tust du?« fragte Hans Castorp entgeistert. »Ich reise ab«, wiederholte sie, scheinbar verwundert lächelnd über sein Ersterren. »Nicht möglich«, sagte er. »Das ist nur Scherz.« »Durchaus nicht.« »Es ist mein vollkommener Ernst.« »Ich reise.« »Wann?« »Aber morgen.« »Après diner.« In ihm ereignete sich ein umfangreicher Zusammensturz. Er sagte, »wohin?« »Sehr weit fort.« »Nach Dagestan.« »Triper mal Ernst.« »Petitre pour le moment.« »Bist du denn geheilt?« »Quand ça?« »Non.« Aber Berens meinte, es sei vorläufig hier nicht mehr viel für mich zu erreichen. »Du kommst also wieder.« »Das fragt sich.« »Es fragt sich vor allem, wann.« Er saß noch immer wie anfangs, die verschlungenen Füße tief unter seinem knisternden Stuhl, vorgeneigt gegen die liegende im Papier Dreispitz, ihr Krayon zwischen den Fingern, und blickte aus Hans Lorenz Castorps blauen Augen von unten in das Zimmer, das leer geworden war. Zerstoben, die Gästeschaft. Das Klavier in der schräg gegenüberliegenden Ecke tönte nur noch leise und abgebrochen, gespielt mit einer Hand von dem mannheimischen Kranken, an dessen Seite die Lehrerin saß und in einem Notenbuch blätterte, das sie auf den Knien hielt. Als das Gespräch zwischen Hans Castorps und Klaft Jachoscha verstummte, hörte der Pianist vollends zu spielen auf und legte auch die Hand, mit der er die Tasten leicht gerührt hatte, in den Schuß, während Fräulein Engelhardt fortfuhr, in ihre Noten zu blicken. Die vier von der Fastnachtsgeselligkeit übrig gebliebenen Personen saßen unbeweglich. Die Stille dauerte mehrere Minuten. Langsam neigten sich unter ihrem Druck die Köpfe des Paares am Pianino tiefer und tiefer, der des Mannheimers gegen die Klaviatur hinab, der Fräulein Engelhardt auf das Notenheft. Endlich, beide gleichzeitig, wie nach geheimer Verständigung, standen sie vorsichtig auf und leise auf den Zehen, in dem sie es künstlich vermieden, sich nach der anderen, noch belebten Zimmerecke umzusehen, die Köpfe eingezogen und die Arme steif am Leibe, verschwanden der Mannheimer und die Lehrerin miteinander durch das Schreib- und Lesezimmer. »Tout le monde se retire«, sagte Frau Chauchat, »c'était le dernier. Il se fait tard. Eh bien, la fête du Carnaval est finie.« Und sie hob die Arme, um mit beiden Händen die Papiermütze von ihrem rötlichen Haar zu nehmen, dessen Zopf als Kranz um den Kopf geschlungen war. »Vous connaissez les conséquences, monsieur?« Aber Hans Castorp verneinte, mit geschlossenen Augen, ohne im Übrigen seine Stellung zu verändern. Er hatte nur den einen Fuß unter seinem knisternden Stuhl hervorgezogen, während er fantasierte, und indem er ihn vorschob, diesen Fuß, berührte er mit dem anderen Knie schon den Boden, so dass er den also neben ihr kniete, gebeugten Kopfes und am ganzen Körper zitternd. »Je t'aime, l'alte M, je t'ai aimé de tout temps, car tu es les toits de ma vie, mon rêve, mon soeur, mon envie, mon éternel désir.« Sie streichelte ihm leicht mit der Hand das kurz geschorene Haar am Hinterkopf. »Petit bourgeois«, sagte sie, »joli bourgeois, à la petite tâche humide. Es vrai que tu m'aimes tant?« Und begeistert von ihrer Berührung, nun auf beiden Knien, den Kopf im Nacken und mit geschlossenen Augen, »fuer zu sprechen fort.« Oh, l'amour, tu sais, le corps, l'amour, la mort, ces trois ne font qu'un, car le corps, c'est la maladie et la volupté, et c'est lui qui fait la mort. Oui, ils ont charnel, tous deux, l'amour et la mort, et voilà leur terreur et leur grande magie. Quel fait immense de les caresser, ces endroits délicieux du corps humain, fait à mourir sans pleine d'après. Laisse-moi périr, mes lèvres au tienne.« Er öffnete die Augen nicht, nachdem er gesprochen. Er blieb, wie er war, den Kopf im Nacken, die Hände mit dem Silberstiftchen von sich gestreckt, auf seinen Knien bebend und schwankend. Und sie setzte ihm die Papiermütze auf. »Adieu, mon prince carnaval, vous aurez une mauvaise ligne de fieuvre ce soir. Je vous l'ai prédit.« Damit glitt sie vom Stuhl, glitt über den Teppich zur Tür, in deren Rahmen sie zögerte, halb rückwärts gewandt, einen ihrer nackten Arme erhoben, die Hand an der Tür angel. Über die Schulter sagte sie leise, »N'oubliez pas de me rendre mon crayon« und trat hinaus. »Also«. Untertitelung des ZDF, 2020